Gebrauchte Kleidung ist nicht eklig. Und das zeige ich dir jetzt, denn ich style wieder was. Es ist nämlich ein neuer Tag und ich muss mich wieder mal anziehen. Deswegen let's go, mal gucken, was es heute wird. Übrigens hat mir das Universum ein Zeichen gegeben, dass ich meine Sachen ausmisten soll, denn boah, sieht selbst. Kein Bock drauf. Ich hatte heute Lust, irgendwie meinen grauen Blazer lässig zu stylen. Und letztens habe ich diesen gelben Pulli für 1,99 Euro im Secondhand gefunden. Und ich liebe es, gelb mit Jeans zu kombinieren. Und dazu dann diese weißen Sneaker, die habe ich für 4 Euro vom Flohmarkt. Ich finde die Kombi richtig frisch, so Jeans, gelb und weiß. Den Blazer habe ich mit einer Anzughose für 12 Euro im Secondhand gefunden. Und ich finde, er sieht schon ziemlich lässig aus. Dann noch Ringe dazu. Und die Tasche hat 2,50 Euro im Secondhand gekostet. Dann hatte ich Bock noch so eine offene, lockere Frisur. Und das war's auch schon. Also folgt mir hier und auf YouTube. Denn...